RLF ist die neue antikapitalistische Bewegung. Wir schlagen den Kapitalismus mit seinen eigenen Mitteln. Wir überwinden den Kapitalismus durch Konsum. Ich habe den Kapitalismus immer schon gehasst. Für mich ist es so ein skrupelloses System. Eine Gesellschaft, die komplett ausgerichtet ist auf Wachstum, auf Wettbewerb, auf Definitionen von Erfolg, die wird nicht besonders zukunftsfähig sein. Und die wird auch die Menschen nicht glücklich machen. All right! All right! All right!